Wir sehen hier das HTC Touch Diamond. Es hat auch einen Musikplayer, den wir hier unter Musik finden. Und hier haben wir auch eine sehr animierte Anzeige der Alben. Also wenn wir nach oben, nach unten machen, dann springen wir sozusagen durch die Titel. Und hier an der Seite ist ein kleiner Play-Knopf. Wenn man den betätigt, hört man die Musik auf. Ja, es hat einen schönen klaren Klang. Und für so Musikhören zwischendurch ist es auf alle Fälle geeignet.